In diesem Film lernen Sie, wie Sie aus einer Tabelle wieder einen ganz normalen Datenbereich machen. So geht's. Klicken Sie in die Tabelle. Entscheiden Sie, ob Sie Formatierung und Ergebniszeile behalten möchten oder nicht. Wenn nicht, entfernen Sie im Register Entwurf der Tabellentools erst das Häkchen vor Ergebniszeile und klicken dann in der Liste der Formatvorlagen auf das Symbol links oben. Die Umwandlung selbst starten Sie mit einem Klick auf das Symbol In Bereich konvertieren. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja. Die Tabellentools sind verschwunden. Aus der Tabelle ist wieder ein ganz normaler Datenbereich geworden. Was die? Was das B tallente? Was das B ... Was das B ... аж... Vielen Dank.